Hallo Freunde, ein kurzes Tutorial über Stereografisches Rendern in Maya, ganz kurz in Englisch noch. This is a brief tutorial about how to set up a stereoscopic camera in Maya. Wenn ihr euch dieses Bild hier mal anguckt, genau genommen diese zwei Bilder, dann seht ihr im Grunde dasselbe. Und trotzdem ist es leicht verschieden, also zum Beispiel guckt mal eins der linken schwarzen Karos an. Das ist auf der linken Seite ein bisschen länger, glaube ich, als auf der rechten Seite. Wenn ihr Stereo-Bilder sehen könnt, durch leichtes Schielen mit den Augen, dann versucht es jetzt mal. Ihr müsst einfach beide Bilder im Auge haben, ohne euch auf das rechte oder linke zu konzentrieren. Und dann fangt ihr einen leichten Schielvorgang mit den beiden Augen an. Und dann müssten die sich überlappen. Und ihr seht ein Stereo-Bild. Ihr seht sozusagen die Szene mit ihrer ganzen Tiefenwirkung. Probiert es mal gerade. Und dann zeige ich euch, wie man so etwas Ähnliches in Maya machen kann. Das ist in Maya gemacht natürlich, aber ich fange mit einer neuen Szene an. Also leichtes Schielen und dann müssten sich die beiden Szenen übereinander lagern. Und dann sieht man zum Beispiel ganz deutlich, dass der blaue Pfeil viel näher an uns dran ist. Das sieht man auch in 2D, aber man sieht es in 3D noch viel deutlicher. Gut, gehen wir zu Maya. Ich habe eine neue Szene angelegt. Und dazu nehme ich erstmal eine Fläche. Skaliere die sehr groß. Das ist mein Boden. Rechte Maustaste. Assign New Material. Wird kleben ein neues Material drauf. Ich nehme einen Blin. Klicke auf die Farbe, weil ich will ein Schachbrett haben. Und hier habe ich Checker Schachbrett. Und sollte so aussehen. Es sieht hier noch nicht so aus, weil ich dieses Icon noch anklicken muss hier. Und jetzt sehe ich das Schachbrett. Dann setze ich zwei Objekte drauf. Meinetwegen eine Kugel. Die mache ich ein bisschen größer. Die mache ich auch ein bisschen höher. Dann bekommt es eine I-Form. Und dann bewege ich es ein bisschen nach hinten links. So, auch dem gebe ich ein neues Material. Und dann nehme ich mal einen Fond. Der glänzt ein bisschen anders. Und dem gebe ich eine konkrete Farbe. Ein dunkles Blau. So, und dann nehme ich als drittes meinetwegen noch so ein Röhrchen. Auch das mache ich größer. Ihr wisst, man kann es auch im Attributeditor sehr elegant größer machen. Statt einfach es nur hoch zu skalieren. Aber ich bewege es jetzt mal noch nach ganz vorne. Und gebe auch dem ein neues Material. Und zwar nehme ich diesmal einen Fond I. Und den mache ich meinetwegen so orange-braun. Oder vielleicht ein bisschen rot. Nicht ganz so dunkel. So. Damit habe ich die Szene quasi fertig. Wenn ich das in Arnold rendere, dann ist die Szene völlig dunkel. Hier seht ihr noch meinen Snapshot von vorher. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Und ihr seht, es ist komplett dunkel, weil wir noch kein Licht drin haben. Ihr seht aber auch hier, er rendert den Perspective Shape. Die Kamera, die auch hier unten ausgewiesen ist. Ich könnte auch die Top, Front oder Side Shape Kamera rendern. Ich setze also ein Licht rein. Da nehme ich heute mal praktischerweise ein Arnold-Licht-Lights. Und ich nehme ein Area-Light. Hier ist es. Und wenn es ein bisschen vergrößert zum Beispiel, dann seht ihr, da ist der kleine Pfeil. Der zeigt in die Richtung des Lichtes. Das heißt, es strahlt von uns weg. Und jetzt strahlt es auch noch ein bisschen nach unten. Und jetzt strahlt es ein bisschen nach unten rechts. Und die Größe ist hier, anders als bei Maya Area Light, nicht zuständig für die Intensität. Sondern die Größe ist dafür zuständig, wie groß die Fläche am Boden ist, die damit beleuchtet wird. Ihr werdet gleich sehen, wie enttäuschend das ist. Es ist nämlich stockdunkel. Und es liegt daran, dass es ein quadratischer Abfall ist von der Intensität. Und deswegen könnt ihr hier zum Beispiel die Exposure, die Belichtung erhöhen. Und dann fängt Arnold schon an, etwas sichtbar zu machen. Der Schieberegler ist hier am Ende. Aber wie bei den meisten Schiebereglereinstellungen, Maya, könnt ihr hier drauf reintippen und dann meinetwegen 20 draus machen. Einfach reintippen, Enter drücken. Und dann ist die Szene viel zu hell. Und jetzt ist der Schieberegler, der hat sich angepasst. Der könnte jetzt auch auf 40 hochgehen. Und jetzt könnt ihr ihn langsam runterregeln. Dann kommt ihr dann auf sowas zum Beispiel, was uns ganz gut passen würde. So, jetzt nehmen wir uns eine stereoskopische Kamera. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die herzuholen. Ich empfehle mal die hier. Hier ist ein kleines, in diesem Unterfenster Perspektive gerade, ist ein kleines Icon-Kamera. Und wenn ihr mit der rechten Maustaste drauf geht, da seht ihr die gängigen Kameras, die wir alle schon haben. Wir könnten eine neue Perspektivkamera einführen. Und dann eine neue orthografische, also die von oben der Seite und so weiter drauf guckt. Ihr wüsst jetzt im Moment nicht, wofür wir die brauchen würden. Und hier sind die Stereo-Kameras. Und da erzeugen wir einfach eine Stereo-Kamera. Und da sieht man bereits, ich mache einen Outliner mal weg, um das etwas größer zu machen, den Attribut für Editor auch weg. Und da sieht man schon diese Farbigkeit, wo man jetzt tatsächlich mit einer, diese Brillen, die blau-grün, glaube ich, sind, die blau-rot sind, könnten wir jetzt dieses Bild volle Kanne stereoskopisch sehen. Wir können natürlich auch mit unserer Kamera, die im Moment selektiert ist, eine kleine Fahrt machen. Ich gehe mal an den Anfang der Timeline, drücke die Taste S und gehe ans Ende der Timeline. Und bewege mich mal meinetwegen so. Und ich muss nicht die Taste S nochmal drücken, weil ich habe hier Auto-Key an. Ansonsten müsste ich die S nochmal drücken. Und das ist hier so eine Zwischenposition. Da fährt die Kamera also dann auf diese Weise. Und sie fährt schön mit ihrer stereoskopischen, mit ihren zwei Farben hier herum, mit dieser leicht absonderlich aussehenden Szene. Wenn ich das jetzt für einen Film rendern müsste, der mir das in ordentlich 3D ausgibt, sodass die Leute keine Rot-Blau- oder Rot-Grün-Brille bräuchten im Kino, sondern das über ein stereoskopisches Verfahren sehen könnten, also dass es normal aussieht, dann muss ich das mit Arnold in diesem Fall rendern. Und Arnold rendert wieder die Perspective-Kamera, einfach weil die vorher eingestellt war. Aber ich habe jetzt hier unten, außer Top, Front und Side, drei neue Kameras da. Nämlich die Stereo-Kamera aus der Mitte. Das sieht dann ungefähr so aus. Das hilft mir im Moment sehr wenig. Aber das hier hilft mir sehr wohl etwas, nämlich die Stereo-Kamera Left Shape. Das wäre für das linke Auge. Das ist dieses Bild hier. Hier eine scharfe Kante, weil das Licht im Moment so ist, dass ich eine scharfe Kante eingestellt habe. Und wenn ich dieses Bild hier mal speichere, hier rüber, das ist dieses hier, Snapshot 3, das ist die Vergangenheit, das habe ich vorher gemacht, hat nichts mit diesem Tutorial direkt zu tun, dann habe ich das hier abgespeichert, das ist dieses Bild. Und jetzt kann ich, Moment, wie geht das hier, da drauf tippen, jetzt kann ich neu rendern, und zwar nicht Left Shape, sondern Right Shape. Und das ist dann dieses Bild, was Arnold rendert. Jetzt ist er fertig. Auch davon mache ich einen Snapshot. Und jetzt kann ich zwischen den beiden hin und her springen. Und das ist das, was die Augen dann verschieden sehen. Und daraus dann ein 3D-Bild zusammenbauen. Wie gesagt, in einer ganz ähnlichen Szene habe ich das so gemacht, dass dann das herauskommt, und damit ist auch dieses Tutorial zu Ende. Ihr müsst halt dann die ganze Kamerafahrt rendern. Und wie das geht, das geht über die Render Settings. Das ist der Fall für ein anderes Tutorial, oder das wisst ihr eh schon, das ist eher trivial. Das hier also ist, obwohl es zwei Bilder, die fast identisch aussehen, sind, ist ein Stereo-Bild. Das hier ist, obwohl es zwei Bilder, die fast identisch aussehen, ist ein Stereo-Bild.